Hallo meine lieben Freunde, ich möchte einmal kurz einen Stream ankündigen, voraussichtlich am Sonntag, ich bin noch nicht ganz sicher, ich halte euch auf dem Laufenden. Und zwar hatte ich gerade zwei Killerrunden, denn ich wollte eigentlich gern mal wieder eine Killerrunde hochladen, allerdings hatte ich in beiden Runden extrem beschissene Killer, äh Killer sag ich schon, extrem beschissene Survivor, von daher, ich war einfach nur noch angepisst und ich dachte, es ist das Beste, wenn wir einfach zusammenspielen, dann könnt ihr mir Tipps geben. Ich habe auch schon sehr viele Tipps bekommen, aber so im Eifer des Gefechts ist es dann doch immer wieder schwierig, das umzusetzen und von daher plane ich einen Stream für den Sonntag. Ihr könnt mir hier unter den Kommentaren auch noch ganz viele weitere Tipps, ähm, sagen. Fragen, ihr könnt mir über die E-Mail-Adresse, die ich in der Infobox angebe, auch jederzeit Tipps schreiben und von daher würde ich sagen, ich halte euch auf dem Laufenden und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, denn ich denke, das würde mir, äh, das würde mir, äh, das würde mir einiges erleichtern. Ähm, es ist nicht so, als wenn ich keine Lust darauf hätte, Killer zu spielen, ich habe Lust, aber ich bin einfach, ich werde sehr schnell aggressiv und wir wollen ja nicht, dass hier irgendwas, dass ich irgendwas, äh, aus Versehen, äh, den Nachbarn umbringe oder so, von daher sollten wir das lieber zusammen tun. Ich freue mich, bis dann.